Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist der moderne Lifestyle von Digitalnomaden. Sie bereisen die Welt, arbeiten von unterwegs und sind fast immer online. Viele stellen sich natürlich immer vor, du hättest immer Spaß, immer im Urlaub und so, aber jeder Lifestyle bringt seine Vor- und Nachteile. Ihre Lebensweise ermöglicht durch die digitale Revolution, die unsere Arbeitswelt von Grund auf verändert. Jetzt, wo ich die Komfortzone verlassen habe, einige Länder bereist und all diese tollen Leute getroffen habe, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Das ist eine ganz neue Welt. Hey, ich bin Pete aus der Slowakei, bin Digitalnomade. Ich arbeite online, ich reise, ich mache, was ich will. Und ich genieße mein Leben in vollen Zügen. In Berlin werde ich hoffentlich einen weiteren Arbeitgeber finden, denn Berlin ist voll von Start-ups und jungen Firmen. Ich schaue, ob ich einen Remote-Job bekommen kann, bei dem ich von unterwegs aus arbeiten kann. Und ich will sehen, ob es nichts, was sie offerten, das remote ist. Berlin ist einer der Hotspots weltweit für Digitalnomaden. Pete Holzbar kommt gerade aus Prag, wo er ein paar Tage gearbeitet hat. Er hat zwar einen Job, aber einen ohne Vertrag und nur für 20 Stunden die Woche. Das reicht gerade so, um in der Welt über die Runden zu kommen. Hey, Bro, was geht? Gut dich zu sehen. Danke, Leute, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr früh heute losgefahren. Wann habe ich dich das letzte Mal gesehen? Im Dezember? Ja, im Dezember in Thailand. Das Wetter war dort anders, was? Wie lange wirst du hierbleiben? Ich weiß nicht genau. Ich schaue nach einem neuen Job. Hier in Berlin? Ich will einen neuen Auftraggeber finden für einen Freelancer-Job. Und dann sehen, wo es hingeht. Hier wirst du alles finden, was du brauchst. Du bist willkommen. Wo ist das Wi-Fi-Passwort? Das ist das Wi-Fi-Passwort. Ah, cool. Ich denke, ich muss gleich was arbeiten, hier am Computer. Pete hatte zehn Jahre eine feste und gut bezahlte Arbeit in London. Er buchte reichen Bänkern Luxushotels und wollte mit einer Reise etwas Schwung in sein Leben bringen. Der Plan war es, neun bis zwölf Monate zu reisen und dann zurück zu meiner Arbeit zu gehen. Jetzt sind schon zweieinhalb Jahre vorbei und ich reise immer noch, verdiene genug Geld, um weiterzumachen. Die Dinge haben sich geändert. Ich bin so froh, dass ich nicht alles vorplane, dass ich irgendwo hin muss. Das würde meine Möglichkeiten definitiv einengen. Ich mache Makramee, das hier, was ich am Arm trage. Deshalb habe ich die Schnüre hier gekauft. Letzten Endes habe ich dann Makramee in Koh Phangan verkauft. Ah ja, das hier ist sehr wichtig. Indische Gewürze, die ich in Malaysia gekauft habe. Egal, wo ich hinkomme, koche ich indisches Curry für meine Freunde, bei denen ich wohnen darf. Ich fand es sehr befreiend, das meiste meiner Sachen loszuwerden und aus meinem Rucksack zu leben. Der 33-Jährige lagert noch ein paar Kleider für seine Fernreisen bei seinen Eltern in Bratislava. Mehr besitzt er nicht. Die Leute kaufen, kaufen und kaufen und wenn du alles hast, dann findest du raus, nein, das Zeug macht dich nicht glücklicher. Und jetzt, wenn du reist, dann merkst du, wie wenig du brauchst, um glücklich zu sein. Doch auf einen robusten Laptop und Smartphone kann auch er nicht verzichten. Hi, ich bin Sophie. Ich bin Digitalnomadin und bin seit sieben Jahren eigentlich, folge ich diesem Lifestyle. Seit fünf Jahren bin ich wirklich Vollzeit-Nomade. Ich arbeite eigentlich im Online-Marketing-Bereich oder Online-Business und habe mir auch noch eigene Sachen, wie meinen veganen Foodblog und die Kochbücher, sodass ich mir halt verschiedene Bereiche aufgebaut habe und heute um die Welt reisen kann. Suparni Neuwirth, alias Supi, ist im Sommer häufig in Europa unterwegs. Doch wenn der Herbst einsetzt, zieht es sie in Richtung Süden. Das indonesische Bali ist ein Mekka digitaler Nomaden. Hier schlägt die Kölnerin häufig ihre temporäre Homebase auf, um von dort aus die Region zu bereisen. Neben meinem Blog arbeite ich auch noch für andere als Blogger, aber auch im Bereich Content-Marketing-Manager. Und da bin ich halt auch gerade zuständig zum Beispiel für Online-Magazine, wie zum Beispiel für ein Blumen- und Pflanzenportal, wo ich dann halt auch regelmäßig die Inhalte überprüfe, teilweise selber schreibe, teilweise aber nur gegenlese, sondern online stelle. Ein anderes Standbein hat sich Supi mit Coaching aufgebaut. Sie berät Nomaden-Einsteiger, wie Ivi, die von einem Leben als Digital-Nomadin träumt. Ja, hallo. Ja, setz dich doch gerne. Ich bin seit zehn Monaten unterwegs, Supi. Es ist so anstrengend mit mir selbst, weil ich dachte, naja, das muss man doch schaffen, nach fünf Monaten mal so ein bisschen easy-peasy-hippie-mäßig wie eine Feder unterwegs sein. Und ich weiß aber, ich würde sehr gerne dieses Leben führen. Was sagt dir denn, dass es zurückgehen muss nach Deutschland? Na, ich denke, dass ich untergehe, dass ich alt und faltig werde und abgebrannt hier irgendwo im Reisfeld sitze. Dass ich kein Geld mehr habe und dass ich aus allen Versicherungen rausknalle. Ich hatte ja deine Unterlagen schon gesehen. Du hast mir ein bisschen was, was ich gelesen habe. Da war nämlich ja auch schon, dass du ja eigentlich schon eine sehr, sehr gute Basis hast, um halt auch als Nomade, sage ich mal, als digitaler Nomade auch umzureisen. Gerade mit deinem Podcast. Also du legst ja eigentlich schon alles online. Und ich glaube, was bei dir jetzt auch vor allem dein Problem ist, dass die Angst, gerade wir in Deutschland, wir haben hier ein Neigen dazu. Also gerade, ich habe das jetzt ein bisschen von anderen Ländern auch schon gemerkt, dass gerade der Deutsche, der ist ja auch sehr sicherheitsbedingt. Und das sagen die mir ja auch, wenn ich wiederkomme, jetzt doch mal, wann hörst du denn auf mit dem Spökes, mit dem Spaß dann? Irgendwann musst du doch mal auch zurückkommen. Ich dachte, das wäre nur so eine Phase. Dann meinte ich so, nee, das ist ein Lifestyle, das ist ein neuer Lifestyle. Ein Lebensentwurf, den immer mehr Menschen leben wollen. Wie viel Digital-Nomaden es weltweit gibt, ist unklar. Die verrücktesten Schätzungen gehen von etwa einer Milliarde Menschen bis 2035 aus. Also mir macht es gerade wirklich viel zu schaffen. Also ich habe heute Nacht schlecht geträumt, ich bin jetzt seit zehn Monaten alleine unterwegs. Ich bin keine Dating-Tante, die jetzt hier rumrennt, da sollte man sowieso in aller Welt ein bisschen vorsichtig sein. Das bedeutet aber auch, dass ich seit zehn Monaten alleine schlafen gehe und dass da Momente der Einsamkeit doch sehr stark sind. Aber deswegen, also gerade für den Anfang kann ich dir dann, wenn du dieses Problem hast, würde ich echt empfehlen, gehe dann in einen Coworking-Space, damit du halt auch mit den Gleichgesinnten zusammen bist. Also vielleicht das auch nochmal festhalten, was hält mich wirklich an Deutschland, das ist die Versicherung, da habe ich da noch irgendwas, was mich bindet und das nochmal loslassen, das ist der Rückbild von Deutschland. Für eine Weile abschließt, du kannst immer wieder zurück, aber mal einen ganzen Cut machen, das tut wirklich gut. Pete hat sich schon abgenabelt und war bereit für Neues. Seinen französischen Chef Adrian hat er am Strand in Thailand kennengelernt. Für meinen Arbeitgeber sammle und analysiere ich Online-Daten über Kryptowährungen. Im Moment gibt es mehr als 1600 verschiedene digitale Währungen. Hier zum Beispiel habe ich eine digitale Währung mit dem Namen 10X. Und was ich unter anderem herauszufinden versuche, ist, wie viel Geld hat die Währung bei ihrer Veröffentlichung erhalten. Hier habe ich die Info schon. 10X hat bei ihrem Start 34 Millionen US-Dollar in nur sieben Minuten eingesammelt. Wahnsinn. In sieben Minuten 34 Millionen. Für ein Projekt, das gerade erst begonnen hat. Mit solchen Summen hat Pete es jeden Tag zu tun. Für seine 20 Stunden digitaler Arbeit pro Woche bekommt er 800 Euro im Monat. Ich kann von meinem Einkommen leben, aber nicht in Europa. Es ist günstiger in Asien. Im Moment bin ich in Europa, weil es hier einfacher ist, einen weiteren Job zu finden. Ah, Lucian ruft mich an. Hörst du mich? Pete lernt gerade seinen rumänischen Kollegen ein. Hat Adrian mit dir über syrische Kryptolabore gesprochen? Nein, Adrian hat noch nicht mit mir drüber gesprochen. Ah, okay. Ich werde das checken. Aber ich denke, er schläft schon, denn in Tokio ist es schon Nacht. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich wissen. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich wissen. Danke. Schönen Tag noch. Das kleine Team hat kein Büro und ist nur über Skype miteinander verbunden. Digital ist nicht nur ihre Arbeit. Digital auch die Bezahlung. Er wird in Ethereum bezahlt. Meine Wahl war am Anfang Euro, aber dann ließ ich mich einmal in Ethereum bezahlen, als die Währung am Fallen war. Ich sah darin eine Möglichkeit, Gewinne zu machen. Und seither werde ich öfter in Ethereum bezahlt. Die Welt der Kryptowährungen. Für Pete und seine Kollegen Normalität. Sie sind digital, notenbankunabhängig und anonym. Und erst seit 2016 hat das Finanzamt angefangen, ein Auge darauf zu werfen. Der Nachteil meiner Lebensweise ist, dass ich keinen sicheren Rückzugsort habe. Einen Ort, wo ich hingehen kann, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Manchmal fühlst du dich müde und ausgelaugt. Oder du bist krank und dann fehlt dir ein Ort zum Ausruhen. Der Vorteil ist die Freiheit, die ich habe. Ich kann überall hingehen, wo ich will. Die Freiheit, mir meine Arbeitszeit selbst einzuteilen. Und das Gefühl von Abenteuer, das jeder Tag unterschiedlich ist. Mit immer neuen Eindrücken und Orten von Stadt zu Stadt. Subi ist auf dem Weg in ein Coworking-Space in Ubud. Fast in jeder großen Stadt gibt es solche Arbeitsplätze zum Mieten für Freiberufler und Nomaden. Dort will sie Ivi zeigen, wie sie sich vernetzen kann mit anderen Digitalnomaden. Ja, also da unten, das war halt der akklimatisierte Bereich, der Ruhrraum. Und hier darf man halt auch sprechen, das ist der offene Bereich. Da kannst du dann einfach in die Sitzgruppen gehen, kannst dich da zugesellen, ans Fenster setzen oder im Outdoor-Bereich. Und hier nebenan ist noch ein Meetingraum, den kann man auch nutzen, wenn du mal irgendwas machen willst. So, ja, mit Präsentationen, Tafeln und Wort. Musst du dich dafür anmelden oder darfst du da jederzeit sitzen? Du darfst da sitzen, aber wenn du ein Meeting, also wenn du wirklich ein Meeting machen willst, dann musst du das vorher anmelden. Und dann kommt deine Rezeptor. Ja. Ja, ansonsten kann ich hier frei nutzen. Und ja, Wasser gibt es von sonst. Und ja, sollen wir uns gleich draußen hinsetzen? Ja, gerne. Ja. Wow. Mega. Super schön. Die Welt der Digitalnomaden ist nicht nur schön, sondern auch lukrativ, wenn man es konsequent angeht. Anfangs verdiente Supi bis zu 3000 Euro brutto monatlich. Jetzt sind es bis zu 6000. Es ist einfach für viele Digitalnomaden halt einfach auch ein Ort, wo sie wirklich neue Projekte angehen können und dann bestehenden Projekten gemeinsam neue Teams aufzubauen. und da auf einem ganz anderen professionellen Level zu arbeiten, als jetzt, wenn du halt teilweise einfach so irgendwo am Strand allein für dich arbeitest. Und das ist natürlich für dich jetzt auch optimal, gerade weil du sagst, du fühlst dich in dem Hamsterrad so ein bisschen drin und so. Ja. Und ich glaube einfach hier Leute zu haben, die eigentlich auch genau dieselben Probleme haben. Und sich damit dann halt zusammenzutun, dann fühlt man sich auch nicht mehr so alleine. Ich fühl mich halt immer so, wenn ich alleine zu Hause bin, so eine Mischung aus Urlauber, ich bin keine Urlauberin. Ja, genau. Und irgendwie in so einer Zwischenwelt, wo irgendwie nix so richtig auf einer Spur ist. Und hier hast du dann wirklich so eine Art Alltag, wenn du gehst irgendwo zur Arbeit und bist aber trotzdem noch im Paradies. Du kannst abends immer noch in deine Bambushütte zurück und ja, deine Kokosnuss schlürfen oder mittags zum Beach oder so. Also es ist einfach nur, dass du einen Alltag integrierst, der dich dann halt auch irgendwie weiterbringt. Ja. Am 19.11. bin ich genau ein Jahr unterwegs. Der Zugang zu dieser digitalen Arbeitsatmosphäre kostet knapp 150 Euro im Monat. Trotz aller Reiselust hat Supi auch ihren Lebensabend im Blick. Doch die deutsche Rentenversicherung ist dabei nicht mehr ihre erste Wahl. Ja, was das ganze Sozialbestimm betrifft, da habe ich ja jetzt erst gerade, da bin gerade dabei, das Ganze umzuschiften von sich aus Deutschland komplett abzumelden und andere Wege zu finden. Also ich habe schon in andere Bereiche investiert, wie halt in organische Kokosnüsse und in Kolomien. Und baue mir aber jetzt auch noch eine andere Investition in Start-ups dann auch, also dass ich halt in andere, kleinere Start-ups investiere. Auch über Immobilien in Panama denkt sie nach, inklusive zweiter Staatsangehörigkeit. Doch eines kommt für Supi nicht mehr in Frage. Zu viel Arbeit. Die volle Packung Berufserfahrung hat sie schon davor gemacht. Mit 19 Jahren. Direkt nach dem Abitur startete sie durch in einer Event- und Marketingagentur. Ja, ziemlich viele Stunden gearbeitet, viel Verantwortung gehabt und habe eigentlich so überwiegend Agentur und Arbeiten im Kopf gehabt. Bis ich dann halt dieses Burnout hatte, das ist jetzt eigentlich schon so zehn Jahre hier. Und danach halt echt gemerkt habe, warte mal, das kann ja wohl nicht alles sein. Einfach nur arbeiten für jemand anderes und dann halt total verbraucht zu sein, das schon in jungen Jahren. Dann konzentrierte sie sich auf ihre Leidenschaften. Reisen, Yoga und Kochen. Seither bereitet Supi einmal die Woche ein Gericht zu, das sie auf ihrem veganen Foodblog veröffentlicht. Daneben ist der digitale Tausendsasser auch Coach für ganzheitliche Ernährung. Heute kocht Supi mit ihrer indonesischen Vermieterin. Weil immer häufiger deren westliche Gäste nach vegetarischem oder veganem Essen fragen, hat Kadek sie darum gebeten. Schön, dass du da bist. Lass uns einen Kochkurs machen. Ich zeige dir, wie man Sommerrollen macht. Lass dich inspirieren. Ich mache das ja grundsätzlich, dass ich halt auch Rezepte kreiere oder nachkoche, veganisiere, mich inspirieren lassen von anderen, die abwandeln und dann halt das Ganze, die Rezepte dann auch in meinen Blog stelle. Eine stete Quelle ihrer Inspiration sind die kulinarischen Eigenheiten der Länder, die sie bereist. Heute ist der scharfe Erdnusssoßen-Dip das Lokalkolorit. Doch die Berührungspunkte digitaler Nomaden zu Einheimischen und deren Kultur sind eher selten. Ich sehe das auch so, dass viele Nomaden wirklich in so einer parallelen Welt leben, dadurch, dass die wirklich fast nur unter sich sind. Die gehen in den Coworking-Space von morgens bis abends, sind dann da, abends gehen sie dann irgendwie gemeinsam trinken. Dann geht man in die Lokale, die natürlich sehr westlich angehaucht sind und lebst eigentlich deinen kompletten westlichen Stil in einem anderen Land. Und ich will mich da auch gar nicht so ausnehmen, also ich versuche mich schon immer zu integrieren. Okay, good. Okay, good day. Goodbye. See you, see you. Doch dafür ist Supi zu kurz an einem Ort, um sich wirklich auf Sprache und Kultur einzulassen. Dieser ist eher schöne Kulisse. Wenn ich das in kurzen Form sagen soll, sage ich oft, ich bin Lifestyle-Designer, weil eigentlich kreiere ich mein Leben oder meine Projekte um meinen Lifestyle herum. Also ich überlege mir, wie will ich eigentlich leben und passen die Jobs, passen die Sachen, die ich machen will, aber auch Hobbys passen die zu dem Lifestyle, den ich leben will. Sondern strukturiere ich mir das rum und versuche das alles in der Balance zu halten. Ästhetisch und gesund müssen die Fotos für ihren Blog aussehen. Durch Produktplatzierung von Küchengeräten und Links zu Lebensmittelanbietern verdient sie Geld. Pete geht in ein Coworking-Space. Auch er ist auf der Suche nach Kontakten, Ideen und Arbeit. Hier haben sich Ableger von Google, Daimler und Co. eingemietet und suchen die Nähe zu Startups. Pete hat sich hier mit Sebastian Melz verabredet. Er hat eine Vermittlungsagentur für digitale Freiberufler. Was ich suche, ist ein Remote-Job. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade mache. Aber das ist nicht nachhaltig genug für eine längere Zeit. Suchst du was Stabileres? Ja, ich suche was Stabileres. Und es muss zu dem Job passen, den ich gerade mache. Sebastian zeigt Pete, welche Jobs er ihm vermitteln kann. Im Angebot Landingpages und Suchanfragenoptimierung für bis zu 50 Euro die Stunde. Seine Agentur behält 20 Prozent Provisionen. Okay, fantastisch. Ich werde dir definitiv meine Bewerbungsunterlagen schicken und dann schauen wir. Bist du noch in der Slowakei gemeldet? Ich bin momentan nirgends gemeldet. Ich starte erst als Digital-Nomade und ich arbeite in einer Kryptowelt. Und manchmal werde ich auch in Kryptowährungen bezahlt. Viele Leute, digitale Nomaden werden in Zukunft aufwachen und werden erkennen, ich werde älter, ich werde nicht die ganze Zeit reisen. Ich will jetzt was Stabiles. Ich will, dass meine Fixkosten bezahlt sind, meine Versicherung, meine Rente. Wenn du älter wirst, was wirst du am meisten bereuen? Und die Leute werden bestimmt nicht bereuen, dass sie nicht genügend Steuern oder Versicherungen bezahlt haben. Sie werden bereuen, dass sie diese unvernünftigen Entscheidungen nicht getroffen haben. Unvernünftig oder unklug aus Sicht unserer Gesellschaft. Am Ende sind es diese Erfahrungen, die uns glücklich machen und die uns gute Zeiten bringen. Reiseeuphorie kennt Sebastian als Teilzeit-Nomade selbst. Doch dauerhafte digitale Walz hat noch andere Tücken. Alle sagen, sie können digitale Nomaden sein. Ich bin der Typ, der reist und seinen Job von unterwegs aus macht und genügend Geld hat. Ja, wenn du gut genug bist und genügend Arbeitserfahrung hast, wenn du die Basics hast, wenn du einen guten Lebenslauf hast. Aber wenn du damit startest und wenn du denkst, du könntest dich von Job zu Job hangeln, dann bist du viel zu naiv. Das läuft so nicht. Du wirst fallen tiefer und tiefer. Und nur die Leute, die stark genug sind, immer wieder aufzustehen, die werden es schaffen. Ich kenne die Statistik nicht, aber wohl weniger als 20 Prozent der Leute werden überleben. Auf Vollkasko verzichtet Pete erst einmal. Eine Reisekrankenversicherung muss reichen. Er will erst mehrere Standbeine aufbauen. Und jetzt gehen wir da hin. Supi hat diese Phase schon hinter sich. Und doch, ein letzter Schritt fehlt ihr noch. Wo gehörst du an Land, wenn du mindestens 180 Tage irgendwo da in dem Land bist? Dann meinst du, ich bin in gar keinem Land 180 Tage im Jahr. Also bin ich doch auch nirgendwo, dass ich irgendwo in einem Land gehöre. Ich bin zwar deutsch und werde immer deutsch bleiben. Aber da ich nicht wohne, muss ich da auch nicht gemeldet sein und muss auch nicht dort meine Steuern zahlen. Und bin jetzt gerade wirklich dabei, dass ich mich wirklich mal ganz aus Deutschland abmelde und werde tatsächlich nach Zypern gehen. Das gehört immer noch zur EU. Ist ein Offshore-Bereich, aber noch in der EU. Das heißt, du zahlst die Euros. Die Rechnungen werden auch von europäischen Ländern ganz normal anerkannt. Für sich selbst sucht Supi die Spiritualität. Sie ist aber auch ein Influencer, die Neu-Nomaden inspiriert. Die etablierten Nomaden hypen in den Social-Media-Kanälen das verlockende Traumbild dieses Lifestyles. Ein Lebensentwurf, der boomt und von dem Supi und eine neu entstandene Industrie profitiert. Auf der einen Seite gibt es immer mehr digitalen Nomaden. Konferenzen, Workshops, mittlerweile Coachings oder irgendwelche Bücher. Wie kann man digital Nomade werden? Was braucht man? Aber halt auch so ein Produkt. Ich hätte jetzt auch irgendwie den ersten digitalen Nomaden Rucksack mit irgendwie Panel, also mit Solarpanel und allem. Damit du deinen Rucksack dann immer von überall auch arbeiten kannst, damit du dann die Energie dann laden kannst, wenn du auch irgendwo mitten im Dschungel stehst oder weiß ich nicht wie. Den Schnickschnack braucht Pete als digitaler Wagabund nicht. Er ist Purist. Er lässt sich treiben, soweit das Geld reicht. Für alle Eventualitäten hat er aber ein Polster für sechs Monate. Was ich in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe, darauf bin ich sehr stolz. Das sind Erinnerungen, die ich niemals vergessen werde. Und ich bin super dankbar für all die Leute, die ich auf meinem Weg treffen durfte. Das hat mein Leben verändert. Und nur Gott weiß, wo ich als nächstes sein werde. Ein paar Visionen für die Zukunft hat er dennoch, wenn das Leben einmal langsamer werden und er irgendwo stranden sollte. Ein anderer Traum wäre für mich, wenn ich ein Hostel irgendwo aufmachen könnte. Wenn ich ein wenig Geld mit Kryptowährungen verdienen kann, damit ich loslegen kann. Dann gehe ich nach Asien oder sonst wohin, wo es besonders günstig ist, um Land zu kaufen. Oder zusammen mit einem Einheimischen, weil Ausländer kein Land besitzen dürfen. Und dann starte ich mein eigenes Gästehaus. Ein Coworking-Center. Ein Ort, wo man Kunst und Handwerk erlernen kann. Etwas Kreatives, wo ich Leute zusammenbringen kann. Doch nächste Woche geht er erst mal nach London, wo er eine Boat-Party auf der Themse veranstaltet. Danach will er nach Portugal und im Winter gen Asien. Supi chillext noch eine Woche auf Bali und arbeitet in dem Sonnenuntergang. Denn abends auf Bali bedeutet vormittags in Deutschland. Und die Kunden verlangen jetzt nach ihr. Nee, also ich schließe es jetzt nicht aus, nach Deutschland zurückzugehen. Da bin ich auch so, lieber sag niemals nie. Ich kann es mir ja zwar gerade nicht vorstellen, aber wer weiß. Also gerade so im Alter, so von den Erfahrungen her, von anderen, ist es ja schon so, dass man auf Dauer ja eher ein bisschen sesshafter wird. Ob das dann wirklich ist, dass ich mich an einem Ort niederlasse und ob das dann Deutschland ist oder in Panama oder Bali oder in Portugal, das weiß ich jetzt noch nicht. Momentan ist noch nicht so die klare Tendenz für die spätere Zukunft dann zu sehen. Doch eine Sache fehlt noch zu ihrem designten Glück. Das fing jetzt so vor einem Jahr an, wo ich dachte, jetzt wird ja mal Zeit eigentlich wieder für eine Beziehung. Habe aber gemerkt, dass ich schon wieder so in meinem Leisterrhythmus bin. Man so dann so, ah, zwei Monate hier, zwei Monate da. Oh nee, sorry. Dann gerade jemand kennt die Leute, ja, sorry, ich bin morgen schon wieder weg. Und dann so, vielleicht komme ich ja in einem halben Jahr wieder. So und das merke ich dann auch so, okay. Jetzt habe ich gemerkt, okay, du musst dich schon irgendwie das jetzt ein bisschen organisierter angehen. Vor allem, weil ich halt auch eigentlich auch Kinder haben will. Und das drängt natürlich dann auch ein bisschen, so ich bin ja jetzt 35. Und so, wenn ich halt Kinder haben will, dann habe ich auch nur noch ein paar Jahre. Dann muss dann erst mal noch der Mann gefunden werden. Dann muss man auch mal zusammen den Lifestyle leben oder halt auch gucken, wo will man sich niederlassen. Und das wäre natürlich für mich so der Traum. Ihre Reise geht weiter. Nächste Woche sticht Supi in die Südsee, um auf Tonga mit Walen zu tauchen. Danach macht sie einen Zwischenstopp auf den Fiji-Inseln. Zum Arbeiten.